Seit der Eröffnung der Wollny-Boutique im Juni 2023 gab es immer wieder Ärger über und mit dem Laden. Nach einem neuen Update von Silvia Wollny geht er jetzt weiter. Schon im vergangenen Jahr herrschte große Verwirrung um die Wollny-Boutique. Schon damals fragten sich die Fans, ist der Laden, den die RTL-2-Familie in Ileika in der Türkei führt, geschlossen worden oder nicht? Jetzt geht das Spiel wieder von vorne los. Die Öffnungszeiten sind aber nicht das Einzige, das die Fans auf die Palme bringt. Im Sommer 2023 hatte sich Silvia Wollny ihren Traum vom eigenen Klamottengeschäft erfüllt, verkauft dort seither neben Kleidung auch Feenmatche und Fanartikel etc. Sogar ein Tattoo-Studio sollte ursprünglich integriert werden. Daraus wurde zwar nichts, darüber gab Tochter Estefania Wollny, die seit kurzem als Sängerin Karriere machen will, im Laden ihrer Familie schon mehrere Mini-Konzerte. Doch so schön, wie das alles klingt, ist es nicht, denn der Laden brachte den Wollnys auch schon viel Ärger ein. Verwirrung um Laden, hat die Wollny-Boutique zu oder nicht? So machte ein Feen beispielsweise einen heftigen Familienstreit publik, den er vor dem Geschäft beobachtet hatte. Auch Harald Elsenbast sorgte für Wirbel, weil er trotz seiner Herzschwäche bei der Ladeneröffnung wild das Tanzbein schwang. Richtig dicke kam es aber erst, als die türkischen Behörden das Business vorübergehend dicht gemachten. Was dahinter steckte, verrieten die Wollnys damals nicht, doch der Vorwurf des Verkaufs von Schwarzmarktware machte die Runde. Silvia Wollny hingegen behauptete, man habe sie damals unter Vortäuschung falscher Behauptungen gemeldet. Auch wegen Krankheit und angeblichen Renovierungsarbeiten standen Fans in den letzten Monaten schon vor verschlossenen Türen. Seither ist der Wurm drin, zwischenzeitlich war völlig unklar, ob es die Wollny-Boutique überhaupt noch gibt, zumal die Familie ihre Ware mittlerweile im Netz verkauft. Silvia Wollny korrigiert Adresse und Öffnungszeiten der Wollny-Boutique. Nun hat Silvia Wollny sich mit einem Update gemeldet und bekannt geben, dass der Laden nach einer längeren Winterpause wieder geöffnet hat. Unsere Boutique ist täglich geöffnet von 13 bis 18 Uhr. Adresse, L-E-K-Bulvary No. 5. Wir freuen uns auf euch. Lieben Gruß, Silvia, schreibt die 59-Jährige am 1. April unter ein Foto, das den Laden zeigt. Wütende Reaktionen lassen auch diesmal nicht lange auf sich warten. Stehen gerade vor dem Laden, leider geschlossen um 16.45. Hier sind sehr viele Leute, die ebenfalls warten und wir sind extra 45 Minuten gefahren. Sehr schade. Schreibt eine Dame unter den Beitrag und widerspricht damit Silvias Behauptung, der Laden habe geöffnet. Auch um die Öffnungszeiten der Wollny-Boutique gibt es wieder Stess. Oha, ganze 5 Stunden und das in die Mittagszeit gelegt. Respekt, schreibt eine Frau genervt. Ein dritter Fan kommt direkt mit einer wilden Theorie um die Eche, das Geschäft ist eh bald pleite, da die Serie eingestellt wird, dann gibt's keine Kohle mehr. Einer D работы, das 8 Stunden und das in den Mittagszeit gelegt. Untertitelung des ZDF, 2020